Europol Europol unterhält in Frankfurt ein Netzwerkzentrum. Dort ist vor kurzem eine unbekannte Person eingedrungen. Eine Europol-Beamtin ist ermordet worden. Vor der Insel Haji Jojima hat Interpol eine Offshore-Anlage errichtet. Pacific Bui. Heute wird Pacific Bui in das Europol-Netzwerkzentrum angeschlossen. So, und jetzt wird's mal Zeit, uns zu verraten, warum du mit uns hierher gekommen bist. Und nun strecken die Kerle ihre teugnischen Klauen aus. Wir haben dich vermisst, Sherry. Kamer, verlos. Jawohl. Er kommt. Er ist Rums Vertrauter. Wir werden sie ersenken auf den eisenschwarzen Grund des Meeres. Ich werde sie stoppen, egal wie. Aber das ist doch. Ich habe das am eigenen Leib erfahren. Vertrauen Sie mir, Naomi. Lass los. Ich werde Heibera von dort zurückholen. Kostet es, was es wollen. Detektiv Conan. Bemudig. Das schwarze U-Boot. Darum heißt es nun Adieu, Conan, Edogawa.